Herzlich Willkommen zu dieser Präsentation über Plone 6. Diese neue Version von Plone besticht vor allen Dingen durch eine vollkommen neue Benutzererfahrung. Aber was ist Plone eigentlich? Plone ist ein Open Source Content Management System. Es ist in Python geschrieben und es gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Gepflegt und entwickelt wird es von der Plone Community, einer aktiven Gemeinschaft, die über die ganze Welt verteilt ist und immer gerne auch neue Gesichter sieht. Als Organisation steht die Plone Foundation dahinter, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. Plone ist bereit für die Zukunft. Es hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach neu erfunden und das passiert auch jetzt wieder. Seine Sicherheit hat Plone bereits bewiesen und behält diese auch. Barrierefreiheit und Bedienbarkeit sind uns wichtige Werte. Auch internationale Webseiten mit Plone sind kein Problem. Inhalte können in beliebige Sprachen übersetzt werden und die Benutzerschnittstelle ist bereits in über 40 Sprachen übersetzt. Als Headless CMS stellt Plone alle Funktionalitäten als Rest API zur Verfügung. Plone basiert auf den Programmiersprachen Python 3 im Backend und ECMAScript 6 im Frontend. Was die Benutzererfahrung angeht und damit die Benutzerschnittstelle, hat sich Plone 6 neu erfunden. Achtung, jetzt wird's etwas komplizierter. Plone 6 hat nämlich zwei Optionen für das Frontend. Zum einen die Standardschnittstelle. Diese ist neu und ReactJS basiert. Und zum anderen die klassische Schnittstelle, die Plone auch schon in der Version 5 hatte. Die neue Standardoberfläche wird für neue Plone-Seiten empfohlen. Sie liefert eine vollkommen neue BenutzerInnen-Erfahrung. Das neue Benutzerschnittstellendesign wurde mit Blick auf die User Experience entworfen. Die Layout-Möglichkeiten der Blocks-Engine geben RedakteurInnen flexible Möglichkeiten zur Layout-Gestaltung. Auch für die EntwicklerInnen ändert sich einiges. Der mächtige Werkzeugkasten der ReactJS-Welt steht Ihnen vollständig zur Verfügung. Auch ist die Lernkurve wesentlich flacher, als es noch in der Vergangenheit war. Alle Funktionen des Content-Management-Systems werden über die Rest-API zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann das neue Frontend oder aber auch andere Clients Plone als Headless CMS verwenden. So sieht das neue Frontend aus mit seinem Blocks-Editor. Plone 6 Classic ist im Prinzip Plone 5, bloß mit einem neuen Anstrich. Es baut auf Blutstrap in der Version 5 auf. Die Templates sind nun sauberer und die Theme wurde aufgefrischt auf der Basis von SCSS-SAS. Auch die Ansichten und Formulare wurden modernisiert und neue SVG-Icons mit einem eingebauten Mechanismus für Anpassung an andere Iconsets eingebaut. Auch das JavaScript in Plone 6 wurde modernisiert auf ECMAScript 6. Der Plan für Plone 6 in der Classic-Version ist vor allen Dingen für den Langzeitsupport bestehender Seiten. Das Upgrade von Plone 5 ist relativ leicht möglich und die neue Version 6 wird für mindestens 5 Jahre unterstützt. Zuletzt wurde Plone 6 auch auf vielen Ebenen optimiert und läuft wesentlich schneller als Plone 5. Hier sehen wir Plone Classic mit der klassischen Toolbar auf der linken Seite, einem überarbeiteten Formular in der Mitte und anderen kleinen Änderungen. Auch bei der Installation ändert sich etwas. Wir haben nicht mehr nur das Backend, sondern auch das Frontend, was laufen muss. Insgesamt wurde die Installation vereinfacht. Backend-seitig in der Python-Welt basieren wir nun auf PIP und Frontend-seitig auf NPN und JAN. Darauf aufbauend stellen wir Docker-Images, Ansible Playbooks und ein brandneues Installationsprogramm zur Verfügung. Die Docker-Images können als Basis- und Entwicklungs-Images in ihren Projekten verwendet werden. Damit ist ein leichter Einsatz auf Cloud-Plattformen möglich. Die Ansible Playbooks automatisieren Plone für einen stabilen, wiederholbaren Einsatz auf Servern außerhalb der Cloud. Das neue Installationsprogramm steht zur Verfügung, um Plone manuell zu installieren oder, falls gewünscht, mit anderen Konfigurationssystemen zu integrieren. Sie können Plone 6 jetzt schon ausprobieren. Auf 6.demo.plone.org befindet sich die neue Standard-Benutzerschnittstelle. Auf 6-classic.demo.plone.org befindet sich die klassische Schnittstelle. In beiden Fällen können Sie sich mit verschiedenen Benutzern einloggen, um die verschiedenen Rollen in den Benutzerschnittstellen auszuprobieren. Das war es mit dieser kurzen Übersicht zu Plone 6. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite Plone.org. Den Source-Code finden Sie auf Github unter Slash Plone. Weitere Videos finden Sie auf YouTube unter Plone CMS. Und die neuesten Nachrichten auf Twitter unter Add Plone. Auf Wiedersehen und viel Spaß mit Plone 6.